Moin moin Leute und herzlich Willkommen zu einem kleinen Ründchen Worms Adam Armageddon. Ich starte mit meinem wunderschönen Charakter Adolf Kackebart meine Damen und Herren. Mik, dick, mik. Traumhaft. So, wer Worms nicht kennt, der hat seine Kindheit verkackt, soviel dazu. Und ich muss das Spiel leiser machen. Warum hast du deinen einen Wurm Janik Kolb genannt, du Schwanz? Das war ja als erstes fertig, das ist das meiner. Überlasst du mir, Jungs. Warum hast du deinen Kind hier genannt, du Pisser? Ey, Janik, deine Würmer stehen wieder unsagbar scheiße. Ich weiß gar nicht, wer zu mir gehört und wer nicht? Meine steht auch mega scheiße. Warte, ich hätte auch eigentlich dazu Danielus, Maximus und Kevin schießen können. Boah, wie kacke stehen denn meine da unten. Meine Würmer sind übrigens die blauen. Kehren, weißt du's noch? Du hast so Mist dran. Rechte Maustaste Waffen aus, zwei Tasten bewegen, leertaste schießen. Enter oder Backspace hüpfen. Und wie gesagt, ich spiele gerade hier mit Daniel und Kehren zusammen. So, warte. Enter. Alter, was? Was fehlt? Doppel Enter oder Doppel Backspace sind auch nochmal verschieden. Wow. Danke. Ich muss mal kurz auf dem Desktop und mein Spieleiser machen. Das war wunderschön, okay. Ich sag doch, Janikor, du bist mein erster Kandidat. Bitte nicht. Klopp ihn kaputt. Bitte du... Wow. Wow, okay. Okay. Gut, gut. Was kriegt denn noch alles zurück? Keine Angst. Cats, we saved my life. Der fickende Ficke. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich die da hinten hingeworfen kriege. Ich schaff das nicht. Stop the net. Nein! Warum? Oh Mann. Ist die Handgranate eigentlich aus Monty Python? Hab ich ja irgendwann mal gelesen. Ja. Okay. Kevin will los wüten. Was hast du für eine Sprache eingesetzt? Du sagst Dänisch. Dänisch ist cool. So warte, wie mache ich jetzt was mit Baseballschläger? Ähm, du wählst ihn aus. Rechte Monsterste, wählst ihn aus. Sag ihm das nicht, dann fliegt dein Boss-Ref weg. Stimmt! Äh... Das ist die Axt. Egal, drück... Danke! Was?! Aus Base benutzt du die Dinger. Hab ich schon mal gesagt. Hat er doch gerade. I'm gonna get ya! I'm gonna get ya! Long! Der fickende Ficke. Es ist traurig, dass hier nur so wenig Zeichen reinpassen. Ja. Da hab ich Mist sagt unten rechts gesehen. Ja guck mal wie kacke Meile da unten stehen. Die können eben zu dreigeschubst werden. Einer von euch ist dran. Ja. Und Danielus Maximus. Was macht der denn da? Oh, oh. Ah. Oh ja, der war so schön. Der wirft da jetzt hinten 100 pro eine Banane rein. Ich wusste was. Ich hab schon nichts dazu gemacht. Alter, mir merkt er es total hinterher. Ja. Das ist, weil ich hoste. Selbst schuld. Ach so, ich hab oben rechts. Komm, wir nicht viel zu sch... What?! Fedor! Du kannst doch nicht Fedor wegschubsen. Oder Misttuddle XOXO. Ja, ich hab oben rechts ein Disconnect. Ja, das ist, weil... Jetzt ist es wieder da. Ja. Gut. Das ist, äh... Kein normales, uraltes Spiel. Uralt, meine Damen und Herren. Sorry dafür. Lass Joshi und Dolan in Ruhe. Nein. 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 Oh! Oh. Joshi, die Huwe. Oh, scheiße. Oh, nur ein. Lop, lop. Lop, lop. Lop, lop. Ich bin runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Ich kann das nicht einschätzen. Oh, ich bin Schneewade. Falk! Der Uhrensohn. Ja, wenn rechts oben dieses Zeichen erscheint, dann hängt irgendwas hinterher erstmal. Dann ein bisschen wir kurz warten, Kinder. Ich kann das Zeichen gar nicht sehen, weil da meine FPS-Anzeige drin ist. Ha! Joshi. Das war aber auch schon bei den neuen Worms oder so. Lugi. 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 So, jetzt kommt Falk, Alter. Jetzt geht's los. Warum war oben rechts für mich gerade ein Telefon? Warum ist da ein Telefon? Äh, mach mal Bild runter und Bild hoch, da kannst du Chat aktivieren. Ah. Wo ist der kacke Baseballschläger? Wo ist der Baseballschläger? Weiß ich nicht. Adolf Kackebart weiß das auch nicht. Die F7-Reihe. Ach, das ist, das ist der Baseballschläger. Dann ziehst du schön hoch, dann ziehst du schön hoch, und dann drückst du Space. Was machst du denn für'n Scheiß? Was machst du denn für'n Scheiß? Ja. Wo ist die Frau Mairon? Nein, nicht der Paul. Du kannst die Frau Mairon! Kannst dich eh nicht entstellen. Oh, wie du eine Reihe gerammt hast, sehr schön. Du hättest auch nach oben drücken können, dann wär ich ein bisschen höher geflogen. Ein echter Glücksfall. Sanic! Sanic! Du kannst jetzt ja nichts... Hallo? Casper saved my life und misst tunnel XOXO. Jetzt wurde er super sanic. Super sanic? Hubs got a brand new bag. Du kannst jetzt einfach so drei Leute auf einmal töten mit Leichtigkeit. Ja? Bitte nicht Mist-Sack! Nicht Mist-Sack! Oh! Hat der einen Knack! Zick mich! Ja! Ich dachte nie, dass ich erst so mit Freude rausschreie. Du hast Mist-Sack umgebracht! Du hast Mist-Sack umgebracht! Oh! Tja! Ja! Mist-Tun, jetzt geht's ab! Oh, hast du ja eigentlich Boss-Ru genannt! Das ist Boss-Ref! Oh, ach so, Boss-Ref! Na, ich hab Angst, dass ich da sonst runterfalle. Das will ich ja auch nicht! Sonst ist es keinen anderen, anderen dämlichen Nintendo-Namen mehr. Ey, guck mal den Blick von Fick mich an! Ist das nur bei mir so? Ja, das war nur bei mir so. Das hat gehangen. Ich dachte... Das ist der Fick mich Blick. Das ist der Fick mich Blick, genau. Doppel-Backspace, da kommst du da hoch. Backspace. Nee, ne, 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 will ich gar nicht. Ich hab das eben auch probiert, aber es funktioniert nicht. Tschüss! Ich hab Doppel-Enter gedrückt. So, die Anal-Destroyers wurden gerade sehr dezimiert. Jetzt steck um mir jetzt nicht scharf. Dass du dein Team Anal-Destroyers genannt hast. Was waren meine Anal-Destroyers? Was? Na, ich Boss-Ref. Ich sag, ich sag euch, ich sag euch... Was ist der Fick? Was tust du da? Fick mich, ich würde das Spiel noch reißen. Ich sag's euch. Ja... Der ist dafür gestanden. Der hüft halt doch richtig schön rum, irgendwie, ne? Richtig illegal. Ja, das ist echt... das ist ein Süßer. Ah, die Bazooka wird vom Wind beeinflusst. Ich weiß. Das kommt ja von links. Und du siehst rechts unten den Wind. Ja, und man sieht den auch so ein bisschen an den Blättern, die gerade voll krass durchs Bild wehen. Das sind Sterne! Sterne! Hallo! Ey, warte, warum kann ich mich nicht mehr kriegen? Äh, weil du ziehen musst. Jetzt gibt's aufs Maul! Und jetzt Space gedrückt halten. Oh-oh. Oh-oh-oh-oh! Fick dich, Falk! Ah, das kacke macht! Was, Judas? Hab' ich auch verstanden! Judas! Liegt das irgendwie daran, dass ich alles so verzögert mitkriegele, dass... ... dass ich auf dem Desktop war kurz? Äh... Kann auch einfach an dem Spiel liegen. Oder an mir. Weil ich, glaub' ich, ähm, hoste. Matschi. Das kannst du eigentlich, Daniel! Pfff! 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 Alter, wie behindert das aussah gerade! Oh, Papa's got a brand new bag, bitches! Ähm... Was hast du denn für'n Sprachpaket genommen, man? Weiß ich nicht mehr. BIG DICK MIG! NEIN! Das war meine letzte Hoffnung. Jetzt hab' ich nur noch Falk! Ja, scheiße! Ich hab' ich nur noch Falk! Ja, hast' ja schon verkackt, mein Freund. So... Ich bin übrigens drei Runden so'n Match, ne? Hab' ich eingestellt. Man kann auch neun Runden... Ich will da rein! Hey! Long? Nicht Long! Long ist mein Superstar. Der macht immer den meisten Start. Meist'n Rocket Jump? Nein, mach' ich nicht. Doch, mach's! Ähm... Ja, Long ist immer so der Madman, keine Ahnung. Das ist dann Image. Weiß... Weiß... Halloween für aber halt doch! Oh, das wir uns nicht schaffen, um wegzukommen. Oh, Leute! Oh, Leute! Oh, Leute! Noch fünf Sekunden! NEIN! Sprich doch nicht in die Richtung! Oh, Long überlebt, oder? Kann das sein? Ne. Warum noch?! Oh, Leute! Noch fünf Sekunden! Oh! 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 Und das kriegt mich auch tot! Oh! Noch fünf Sek... Oh! 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 Ich dachte, der fick mich überlebt! Hey! So, wenn die Runde vorbei ist, geht's los! Yay! Ja, Dongen! Zwei! Chill mal, Junge! Danke, Kang! Ja, ich glaub, das war's dann mit... Fick mich! Oh! Doch nicht! Das ist erst, wenn alle dran waren, glaub ich. Ah, okay! Tu bitte nicht Janik an! Janik ist toll! Alter, was tust du da? Ich hab Angst! Homerun! Oh, schade! Boah! Was?! Wie weit ist der denn geflogen?! Hast'n Homerun! Oh, oh! Fick mich! Ich würd vorsichtig sein! Ich würd mich echt wenig bewegen, so! Teleportier dich weg! Oder nutzt ein Ninja-Seil! Im nächsten Runde bist du tot! Ja, stimmt, hast recht! Ach, steigt das Wasser höher? Das wusste ich gar nicht! Oh, ja! Ja, Sudden Death! Links unten ist der Timer abgelaufen! Wenn jetzt alle dran waren, kommt, Sudden Death! Da hab ich was Lustiges eingestellt! Da hättest du dich gerade im Nis-Tunnel festgeklatscht! Nochmal Space, dann... Genau, fährt so runter! Richtig! Hm? Oh, komm schon! Nice! Neh, mit Fallt hast du! Bisschen Biegung, brechen, danke das schon! Bisschen Schwung holen vielleicht! Und ein bisschen Schwung holen! Du hast doch 15 Sekunden! Oh Gott, ich hab' mich jetzt grad voll ver-headert! Was ist hier einfach fallen! Ja! Was ist gut loszulassen! Du musst dir jetzt irgendwie auch sagen! Weil wer hat uns her Angst? Die Tauchmission beginnt! Du musst ihn auf Platz legen! Du stierst gleich! Okay! Traurig! Alter, was?! Atomring! Atombombe! Adolf Kackebart leidet sehr! Nis-Tunnel-XO-XO braucht Medizin! Das wär' traurig! Falk ist schlecht! Und das Wasser steigt! Das Wasser steigt so schnell wie es geht! Unbedingt schlimm ist, aber das Wasser steigt! Hier kommt Falk! Hier kommt Falk! Das Wasser steigt unglaublich schnell! Wisst ihr was? Ich hab' nichts mehr zu verlieren! Äh, jetzt kam ich Kaze! Ich kam Kaze! Nein! Was so? Hier kommt Omi! Nein! Magritte! Oh, 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 oh! Ich bin sowieso scheiße! Die alte Oma, Alter! Das Wasser wird steigen, Luki wird sterben! RIP! Du Schlampe! Das steigt recht schnell, ne? Das steigt ganz schön schnell, so! Okay! Oh, Dekki Kacke, du musst überleben! Du bist mein Superman! Nein! Bitte nicht auf einer... Nein! Yes! Dekki Kacke gleich aufs Maul! So! Oh, fuck! Ja! Das, äh... Könnte... Knapp werden! Die Frage ist... Würde ich lieber nach Peru oder in den Nahen Osten ziehen? So, ähm... Verdammt, ich hab gar keinen Blastenschimmer, welchen ich als erstes wegknallen soll! Also, das... Darum geht's nicht, Bruder! Das ist gefährlich! Jetzt geht's da um die höchste Position zu halten! Ja! Was nicht ganz easy ist, wenn jeder unendlich viele Luftangriffe hat! Oh, fuck! Yes! Nein! Yes! Der Dreier! Oh, du Arsch! Das heißt, ich kann jetzt noch zugucken und kommentieren! Ah, stimmt! Stimmt! Keremie wurde gerade komplett geknallt! Oh, Gott! Jetzt muss ich überlegen! Hm... Ich will trotzdem nochmal anmerken, dass das 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 erste Mal war, dass ich das gespielt habe! Scheiße! Scheiße! Da ist das Sennig ist tot! Oh, fuck! Ich kann nichts mehr machen! Sennig ist tot! Bleibt nur noch mein jetziger Wurm! Haha! Ja! Das ist dann ein schönes Match! Ich sag jetzt schon! Was? Was hab ich denn jetzt gemacht?! Schräger! Scheiße! Oh, ich liebe dich, Alter! Oh, Sennig, ne? Das war's dann mit dir, mein Freund! Ist jetzt Janik oder Mr.. Ja, perfekt! Oh, ich dachte, ich hab jetzt was klingelt! Ja! Adolf Kackebart, dich mochte ich sowieso noch nicht! Du musst jetzt Opfer sein! Wuhu! Wetten, du kriegst mich nicht! Wetten, du kriegst mich nicht! Wetten, du kriegst mich nicht! Du hast mich schon längst, ne? Ja! So, cool! War auf jeden Fall ein kleines Röntgen Wurms! Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung anlassen! Wir spielen das bestimmt nochmal öfter! Deswegen, wenn es euch gefällt, könnt ihr es doch gerne in die Kommentare schreiben! Blablab! Das waren Order mit Daniel und Kerem! Die waren auch mit dabei! Die können jetzt auch noch ganz viel sagen! Ist tattelig bitte! Ist tattelig so! Und wir sehen uns in einem neuen Part, in einem nächsten Video! Ich liebe euch! Ultra Kevin! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!